Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zum aktuellen Wetterbericht aus Freundenberg an der Ruhr. In dieser Woche präsentiert von der Handelsvertretung Jörg Lehmann aus Halle und vom Fotostudio Gerhard Nolte in Freundenberg. Auch der letzte Tag des Monats Oktober beschert uns in diesem Jahr Sonne und angenehme Temperaturen, die bis auf 15 Grad heute in Freundenberg steigen. Auch nachts liegen die Werte deutlich über dem Gefrierpunkt. Der Weg heute Morgen führte uns wie so oft durch den Wald am Mühlenberg und heute ist ja Halloween oder auch Reformationsfest und da gibt es natürlich auch eine Bauernregel des Tages und zwar gibt es an Sankt Wolfgang Regen wird dies ein Jahr voll Segen. Das heißt heute ist nicht nur Halloween oder Reformationsfest, sondern auch Sankt Wolfgang. Der Sonnenaufgang für Deutschland heute. Die Sonne geht auf um 7 Uhr oder ging auf und geht wieder unter um 16.41 Uhr. Eine Gesamtdauer von 9 Stunden und 40 Minuten. Das war der aktuelle Wetterbericht aus Freundenberg, präsentiert von der Handelsvertretung Jörg Lehmann aus Halle und vom Fotostudio Gerhard Nolte aus Freundenberg. Auch morgen gibt es wieder ein Wetter und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt und sage bis dahin macht's gut in alter Frische. Das ist es.